Das muss schrecklich gewesen sein. Bei ihr kann ich gut die Lichtpunkte sammeln, du hättest sie gerettet. Ich weiß es nicht, dass du dich verletzt hast, Agatha, von dir getötetst. Ich bin nicht so sicher über das. Seben Witches sind viel zu fendern. Ich würde mich jetzt übernommen, wie ich jetzt bin. Speaking of Dysfunktionale Dynamik, ich glaube, ich glaube, dass ich dich nicht immer zeigen. Ich weiß. Obwohl du es nicht immer zeigen möchtest? Etwas so. Ein gemeinsamer Grund? Wer hätte es gedacht? Woher in der Hölle bist du? Ich weiß, dass ich es mit dem Begegnung, aber sie ist eines der wenigen Adults, die ich eigentlich vertraute. Die Midnight-Sons sind der Rest. Ok, ok. Artifakt, Infospeich. Ja. Segeness Mother. Äh. Das ist die Handlungsmission, dann gehe ich erst hier in den Infospeicher besorgen. Fortsetzen. Iron Man. Dann... Miss Marvel. Ich brauche die Points. Und... Oh, Spidey ist auch kurz davor, ne? Ja, dann kommen die mal Spidey mit. Let's go. Eeeh. The Avengers. Auf dem Weg zum Kampf. Sie gerade geht um den Kampf abzuschließen. I know. Ich bin sicher, dass ich deine Meinung nicht verändern kann? Vielleicht kannst du ihnen eine Lauf, die sie nicht vergessen werden. Kein Problem. Die nächste Umgebung ist angekostet null Helden. Gut. Der ist wirklich geil. Hm. Aber nur für Spidey, ne? Aber nur für Spidey, ne? Die stehen alle so doof. Schneller Tritt. Der Dät dann. Der wäre dann tot. Biou. Weg mit dir, du doofe Tölle. Ja. Kraftvoll. Maximum 4 Ziele. Ach, Mann. Aber die Helden können wir wechseln. Geh mal hier hin. Du mich auch, mein Freund. Hau ab! So, Spidey. Lass das Ding auf den Niederparseln. Ah, mein Kopf. Wenn der Ziel K.O. geht, ne? Fuck, ich kann mit ihm aber nicht manipulieren. Macht aber nichts, der steht. Und der dann auch. Hutz! Hutz! Kostet ihr wie viel einen Punkt? Zwei. Oh, hier. Fuck! Den Hund geschlachtet. Die Kiste gestohlen. Oh, das habt ihr da dann. 28 Credits. Geil, jetzt bin ich reich. Der bringt mir auch nicht wirklich was. Zwei Punkte ist halt viel, ne? Aber ein Punkt, ja, kommt immer. Für einen Punkt ist okay. Ja, komm. Hitz muss ich tanken. Leider. Muss ich hoffen, dass ich in der zweiten Runde die Leute, die ganzen Hunde hier klatschen kann. Drei Schwadde. Zwei Leder, ne? Vielleicht eine schnelle Angriffe bekommen kann ich die Schwaden schnell ausschalten. Schwadenviecher da. Erkettung. Oh, was Schnelles. Das ist doch nichts Schnelles. Schnell. Oh, ich krieg ziehe markieren. Nochmal nachziehen. Fuck. Schnellschuss. Sehr gut. Wow, that's embarrassing. Ich könnte sich vielleicht, äh, Captain Marvel hier hinstellen. Könnte ich vielleicht drei von den Vieren killen. Kann sie nicht, aber... Ah, könnte ich sie hier hinstellen. Könnte ich vielleicht sogar alle verdamagen. Dann machen wir so. Dann machen wir das so. Zack. Der Hund da hinten ist outdate. Sehr geil. Zwei Aktionen habe ich noch. Bringen wir den Knirsch. Ich glaube, ihr könnt euch die Security Guards in meinem Parking-Garage. Zwei Points. Ich kann nicht mehr. Ich kann doch nicht nachziehen. Ich habe kein... Oh, jetzt habe ich nur so Blocken. Scheiße. Oh, Mann. Das ist ein Hund. Ich glaube, ich darf in die dritte Runde gehen. Das ist doch... Das ist doch Ass. Ja, muss ich halt. Ja, in die Richtung wird auch kein Mensch leider. Kommen zum Hund. Da steht absolut scheiße da, ne? Oder? Oh, so. Perfekt. So, hier, fangen. Ja, ohne zwei. Lucky me. So, drei Sternebewertungen. Ja, let's fucking go, Alter. Genau so. He is Iron fucking Man. Die fucking Avengers schlagen zu. Mit Stahlträgern auf Hunde einschlagen. Was sie nicht eilen können. Und wir sind wieder back in der Abtei. Buchclub treffen heute Abend. Oh, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Und gibt Oro Monroe ihr Gedönsdruck. Okay, okay. Das machen wir aber alles erst in der nächsten Folge. Kuss, kuss, kuss an alle, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr nichts verpassen wollt von Marvel mit Nice Suns, dann lasst gerne ein Abo da. Liked, wenn euch die Folge gefallen hat. Kommentiert gerne. Kuss, kuss, kuss an alle, die es machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder in einem anderen Projekt. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Was geht ab und an die Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Marvel mit Nice Suns. Es geht hier weiter. Sofort steht ein Buchclub Treppen, äh Treppen, Treffen mit Blade an. Der Kollege lässt mir auch keine Minute Zeit. Gib Oro Monroe ein Geschenk aus. Die Quest steht auch noch an. In der letzten Folge hatten wir Magix Kräfte freigeschaltet, die Ultimator. Mir ist langweilig. Mega langweilig. Sogar das Fernsehen ist langweilig. Ich könnte davon erzählen, wie ich damals gegen die Yakuza gekämpft habe. Ich bin Gantor. Ich war in Japan, mitten in einem Yakuza-Klangkrieg und musste an einem 2 Meter großen Samurai vorbei, um ihn aufzuhalten. Und er hatte einen adamantium schneidenden Schwert, auf dem mein Name stand. Und? Sie haben verloren. Spannung ist nicht gerade in der Stärke. Oder Geschichten erzählen du überhaupt? Wenn ich hier bin, um Geschichten zu erzählen, weißt du bereits, wie es ausgeht. Ich kann dir von der Zeit erzählen, dass Lazy Deathstrike es auf mein Skelett abgesehen hatte. Sie hat verloren? Ganz genau. So, wie ihr seht, Wolverine ist jetzt auch mit an Bord. Es wurde entschieden, dass ich der neue Anführer der Suns bin. Und wer ist ein kleines Mädchen? Wo ist mein kleines Mädchen, Charlie? Ja, du bist mein kleines Mädchen. Ja, falls ihr alles verpasst habt, schaltet gerne nochmal die letzten Folgen an. Abonnieren, favorieren, sehen, kuss, kuss, kussen, alle, die es machen. Und jetzt werde ich mal hier los. Na klar. Alter, strahlen blaue Augen. Oh, strahlen rote Augen. Buchklub treffen. Ja, gut. Oh! Ein neues Clubmitglied. Lulululu. Moin. Mann, der ist ja gesprächig Ich hab's doch gelesen, oder? Ja, klar, sicher, sicher, natürlich, natürlich So, auf geht's Hab ich schon Legen wir los Ich bin bereit Okay, warum guckst du mich so sauer dabei? Unblade, Alter? Gut so, Kasia war abscheulich Wenige riskieren ohne einen Anführer ihr Leben Anführer sollten nie auf Ruhm aus sein Oh, was ist denn hier die richtige Antwort? Anführer sollten halt wirklich nie auf ihr Oder, ja, sie könnten schon ein bisschen auf Ruhm aus sein, aber sie sollten es nicht tun Basierend auf den Leben anderer Aber wenn der Anführer sich nicht in den Skitum erwagt Folgt auch keiner, ne? Es braucht einen, der den ersten Schritt macht Weniger riskieren ohne einen Anführer erleben Machen wir so Es war Custer's responsibility Ich habe nicht, aber ich habe Dinge aus dem Kontext Ich lerne mehr über George Washington von diesem Buch Das würde schief gehen, wäre Washington weniger respektiert Ich habe dich anführend sehen Es war richtig, dass er bestimmt hat Aber dafür muss man ihn auch respektieren, oder nicht? Ja, ich finde, es ist besser, zu leaveen Wiggle-Rum Give deinen Leuten objectives und die Ressourcen um sie zu erreichen Mehr als jemand anderes in dem Buch Washington believes true leadership ist ein Kontrakt bestowed auf dich von denen du leadst Und das ist wo das Buch bekommt seine Titel? Genau The Mantle of Authority Es ist etwas, was dich erhöhten Das bringt uns zu unserem finalen Profil We really don't have to do this one And now, I'm interested Steve, how long have you bugged me to read this? Not because of the chapter on me You all know General Phillips selected me for the Super Soldier Program For a time, he commanded me in the field and that's why my profile is in the book He was kind to say I led by example Maybe that's how it used to be But the Avengers isn't a military organization If I gave Tony an order, he'd laugh in my face To get anything done, I need the group consensus I can't give pretty speeches about the need to sacrifice I have to show that putting in the effort today will make a better tomorrow It can't be as simple as you make it sound Oh, it never is It's a constant struggle And you won't always see eye to eye Still Still I find it's absolutely worth the effort Leadership you can gain But trust That you have to earn But I find little enjoyment in Talking about myself So Yeah Let's end it here Alright, we'll call it here Next month is Hunter, do you have any books to suggest? None from the past few centuries Then Logan can pick the next one Hey Sure The adventures of Crash Morgan number five The last queen of Deimos What is that exactly? It's about a space explorer with a ray gun, a jet pack, and a fishbowl helmet Travels through space with a robot dog They get in wacky adventures That's a classic The buddy of mine had that in basic I'm always up for space nonsense I'm not But that's the book I'll give it a shot I mean, I wanted to book a book on earth The hell on earth Teil 1 of 4 I'm not sure why Logan joined book club if he's not going to read the books You are not required to do so Come on It's the principle I'm actually surprised, Steve recommended this book Why? Steve can take a compliment, but he's uncomfortable with praise Especially from someone he respects Hmm Hello? I'm telling you What did you think? Well, punch is decent There should have been a bigger spread Well, I meant What did you think about book club? I just told you Thumbs up for punch Thumbs down for snacks I want to punch It looks really good Snacks? I'll take a bit of a dip with a dip, dude What the fuck? Well, at least Logan showed up You did not think he would I wasn't sure he'd be in the book club And I don't know what to expect from that book of his Eh, it sounds terrifying, interesting words Hopefully It sounds interesting The name alone has me intrigued Hmm, maybe you're right I should learn to roll with the unexpected You know how in the frame You know how in the frame You know how in the You welcome the resurrected demon slayer into your life Now we read books together Can't argue with that When you first joined I wanted you to keep an open mind about book club I owe Logan the same courtesy you showed me Good call You headed out? Yep I am taking off Good meeting Schützender Angriff What the fuck is going on now? Brooklyn Handschlag Oder die beste Abwehr Ähm Zurückwerfen hier Brooklyn Handschlag Höhe Ja, ja Komm Wenn diese Karte auf der Hand ist Erhältst du in jedem Zug 28 Blocken Äh, 38 Blocken Oh Auch nicht schlecht What the fuck is this? Wann haben wir eigentlich hier so Relikte? Waren die schon welche? So Achso, ich dachte, das wäre das neue Buch Macht Platz auch mal Hehehe So, ich glaube, ich muss mich pen legen, ne? Dann legen wir uns schlaaaaaaafen Die Credits nehme ich aber mit Und den Klaus nehme ich mit Und schlafen gehe ich jetzt Zack Ich glaube, ich bin ja auch schon spät, ne? Hhhhhhhhhh Blablabla Blablabla Oh, ist das hell? 7 Uhr morgens kriege ich hier nicht mal einen Tag Ruhe Oh, ich höre jetzt schon Superding Nachrichten Sie sind immer in meinem Kopf Neuer Infospeicher zum Entschlüssel, na alles klar So, wer will mit mir labern? Draußen in der nassen, feuchten Grotte. Und auf dem Trainingsfeld. Natürlich, ja, na klar. Tut mir, by the way, leid, dass die Folgen ein bisschen später kam. Ich kam einfach nicht zum Aufnehmen. Mit der Älteste mir eins sagte, horte deine Tränke nicht, sondern benutze sie, wenn das nötig ist. Es gibt schließlich kein gesetzliches Rückgabe-Recht, Dr. Strange. Äh, Symbionten-Bombe-Kampfgegenstand. Schließe sechs Missionen mit Captain America ab. Und schließe zwei Missionen mit Wolverine ab, okay. Also, ich wäre schon zum Aufnehmen gekommen, aber ich hatte... Ich hatte einfach ein bisschen zu viel Spaß damit, ein, zwei andere Spiele zu spielen, deswegen ging das ein bisschen runter. Weil ich ein bisschen die, 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 äh... Die Folgen... aus den Augen verloren habe, sag ich mal. Also, wie weit das noch geht. Kann man das so sagen? Ah, nehmen wir mal die mit. Also, ich dachte, ich hätte noch mehr Folgen im Reservoir, so. Und dann sind die Tage einfach so verflogen und dann... Musst du das nachholen und das und dann hast du auf einmal so... Oh, shit. Naja... Nee, dann nicht. Ein paar Outfits hier haben wir uns noch, ne? Hoffentlich kriegen wir alle. So, neun Skill-Essenzen hier draußen. Einmal zum Training. So, tägliche Sparring. Überlau-Pause plus 10 kritischer Schaden. Crit-Damage für... Wolverine. Aber warte mal, Freundschafts-EP. Er hat nur... Sie hat 3. 3, 2, Prestige. Nee, dann gehe ich für... Für ihn. Plus 3 Freundschafts-EP. Neuer Wert 60%. Sehr geil. Fertigkeiten verbessern. Teleportier einen Gegner und wende Belutung an. Was hat er? Neuer Plan. Verdoppel deinen derzeitigen Heldenmut. Ziehe eine Heldenkarte. Ja, nehmen wir mal mit. Okay, Stufe 25. Sturz und Stolperfeindobjekte verursachen im Kampf erhöhten Schaden. Boah. Welches kenne ich für Sie? 125 Helden-Etat-Essenzen, Alter. Holy Moly, Macaroni, and the Pony, and the Phony. Habt ihr verstanden? Ne, ich auch nicht. Mir fehlen die Helden-Tat-Essenzen, ne? Braucht mehr Helden-Tat-Essenzen. Das macht es perfekt. Okay. So, bei der Grotte müssen wir noch nachschauen. Was ist hier los? Ah, da sitzt wieder er. Hä? Ich bin auch nicht mehr bei der Grotte. Wurde getreut. Aber dafür im Hof. Meditiert die, oder? Ach, die sitzt hier. Na? Hilf dem Helden. Nico Minodo stopft dir Training, als du dich näherst. Was passiert, wenn du in deine Ecke gedrängt wirst, Hunter? Hältst du dich an dein Training oder improvisierst du? Ich kämpfe, wie du trainierst. Hart genug, damit der Kampf zu viel wird. Sicherem Tod ins Auge zu sehen, macht mich in meinem Kampfstil kreativer. Gemordet oder verbessert? Hm. Verbessert. Hexenfeuer plus. Shit, hätte ich lieber die Gemordete genommen, oder? Was ist hier drin? Eine Spieleuhr. Oh, Danny Boy. Oh, Johnny. Mama, hi to me. Wah, wah, wah. Was ist los? Es ist lustig, wie persönlich dieses Hero-Business kann sein, hm, Hunter? Ich meine, du hundst deine Mutter, Eddie ist wieder zu Hause. Mein Lieber Professor wurde ein gigantes Läser. Mein Boss' Sonn war ein Space-Werwolf. Ich kenne sogar einen Doktor, der sich accidentlich in einem Vampire verletzt hat. Der Kampf gegen Sie muss schwer gewesen sein. Wirkte auf mich nicht lustig. Sie könnte nützlich sein. Ich bin entschuldigt, dass du deine Freunde schlägst hast. Oh, 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 schlägst? Wer sagt etwas über schlägst? Was es nicht deine Verantwortung für sie zu retten, von den Horrors sie haben? Uh, ja, durch sie zu retten? Ich weiß nicht, wie sie in Salem machen, aber in New York, schlägst du deinem Boss' Sonn mit einem Schlüssel-Bullet ist, meistens schlägst du auf. Yeesh. Die Stadt wird sicherlich fühlt sich ein bisschen unfreundlich in diesen Tagen. Ich bin froh, dass ich May und MJ in meinem Leben habe, um mich zu erzählen, was ich kämpfere. Es geht darum, besser nachzudenken. Du wirst nicht wissen, die die Zeit-Difference zwischen Queen und... ...wäh, woher wir sind? Ich weiß nicht, was eine Zeit-Difference ist. Ein Licht Balance, sehr gut. So, Infospeicher, öffne mal hier. Das werden wir herausfinden. So. Die schlafen nicht. So, wir haben eine Nachricht von Shang-Chi erhalten, der unsere Hilfe braucht. Laut seiner Freundin, der MI6 Agentin, Laiko Wu, kommt der begehrte Christall der ultimativen Sicht heute in New York an. Zahlreiche Finstere gestalten werden dort sein, um ihn in Empfang zu nehmen. Wir brauchen jemanden, der mit anpackt, wenn wir nicht wollen, dass dieser Artefakt in die falschen Hände gerät. Oder dass dieses Artefakt in die falschen Hände gerät. Darum kann sich... Strange, kümmern. Obwohl... Ne, eine epische Fähigkeit für ihn. Nein, komm. Logan ist dabei. Moon Knight schickt uns eine interessante Nachricht. Ich schulde euch, was für das letzte Mal, dass ihr mir geholfen habt. Es gibt eine neue Ausstellung im Museum für Ägyptologie. Und ich habe eine Karte für die Eröffnung übrig. Unsere gemeinsamen Freunde Hydra werden auch da sein. Ah, ja, komm. Deadpool. Deadpool. Ich kann ihr schlecht ein Geschenk geben, wenn ich keine Möglichkeit habe, ihr ein Geschenk zu geben. Heldentaten. Deadpool ist nicht verfügbar. Ja, super. Genie und Wahnsinn. Wir segnen das Mother. Komm, wir gehen... zur Hauptquest einmal. Setzen ein Zug, zwei Gegner K.O. Gesegnet das Relikt. Das kriegen wir wohl hin, oder? Ja. Was running a search for our new pal Blaze's location and all of a sudden this happened. Equo ne creditate two Cree. Latine? Do not trust the horse Trojans. Carol, just what type of search were you running? There. It's a message. Well, more like a bad dad joke from beyond the grave. Howard? His research files. Whenever there's any unauthorized access, the Trojan horse program activates and... Bingo. There's our little thief right there. The Southwest. That cannot be a coincidence. Tony, did Howard do this to all his files? Oh, no. Only the good stuff. The really juicy stuff. How juicy? Well, I'll give you two guesses, but you'll only need one. A big green one. Okay. Okay. Äh, America müssen wir, glaube ich, noch mitnehmen, ne? Mr. America. Wolverine ist auf Mission. Scheiße, 2 Level 14, ne? Ich guck gerade. Oh, Spidey könnten wir auch mitnehmen. Könnten wir vielleicht Freundschafts EP kriegen.